In diesem Film lernen Sie, wie Sie Formen mithilfe von Vorlagen auf Knopfdruck formatieren können. So geht's. Doppelklicken Sie die Form, um die Zeichentools einzublenden. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der Vorlagen. Für eine Vorschau zeigen Sie auf die Vorlage. Zum Zuweisen klicken Sie darauf. Mit einem Klick auf dieses Symbol öffnen Sie die komplette Auswahlliste. Auch hier gilt. Zeigen für Vorschau. Klicken zum Zuweisen.